DED 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 DB DED DED LB DED DED LB DED 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 LB DED DED LB BEIT NEGELER BEIT NEGELER Ah, ich bin ungepasst worden SPIOT! Sonst sagt, IMPOLIX! Als Scout muss das richtig lustig sein für Super Speedboxer rennen Ja der geht voll ab in die Schüttel Ja jetzt drauf, oder? Was? Ey, da wird doch der Scout drin gehen ja du hast da gerade Spy abgeballert ja jetzt hab ich beide ich hab dir gerade zugeschaut und da hab letztlich so gedacht, Spy, häh? SAY WOOOOOCK! ein Scout geht rein und Spy raus ja genau hätte da sein können, dass das ein Spy war, der es als einen eigenen Kollegen getaunt hat, keine Ahnung nee, das merkt man an der Geschwindigkeit stimmt auch wieder halt, kriegt ein Boost, dann ist es nicht ertarnt man, jetzt bin ich drittpester, nicht schlecht, ich geh' ganz schön ab mit dem jaaaa mit dem, uaaaaa jetzt sind wir fast gut jetzt haben wir drei Heavys im Team oh, das ist richtig heavy, paddum pssch hier, so jetzt als kleine Übersicht, die besten von unserem Team sind beide sss, äh äh, Sniper obwohl ich die Klasse als Sniper nicht leiden kann, weil ich glaube als Sniper muss man nicht ja so viel tun, Spion hinten und da auch Evolix da ist auch oh oh Leon, das King, der kann's nicht lassen, der will mich immer umbringen aber er schafft's nicht ja, King dann ist er wohl doch kein so großer King, wenn er sich schon King nennt das ist dann ein schlechter King so, das kämp' ich mal hier am Spon-Punkt und der Teleporter oh, der Teleporter ist zerstört oh, jetzt dominiere ich jemanden oh, jetzt kommen alle raus ich muss weg scheiße verdammt, ich wurde gerecht nein ne komm, also vor wie es uns geht, nur mit Sniper-Gewehr Das ist bestimmt lustig, ne? oh Gott ok, ist tot also wenn so gut ist der eben ist gar nicht die schießen die ganze zeit ab echt ja ist wirklich so naja war mal bei der mich auch aber ja wahrscheinlich bist du zu gut keine ahnung bis ich meinen ja aber eben gesagt wer Punkte ist du das heißt hat gar nichts zu sagen das ist so ein endloser aber sich schon 19 zu 19 das hat gar nichts zu sagen wie Punkte der hat das kommt einfach drauf an wie lange man drin ist ja schon da wieder also ein richtiger Pro ist das jetzt nicht also dieser Üzel Al-Mechzi oder doch whatever den finde ich auch schon häufig 2 bis gegen 1 voll fair vielleicht kriegt er das natürlich mit sowjetunion da hat sich gerade das Bars dichtgetan als Matic oh Gott was ist ein Medic ich bin ein Held ja die Spear hat sich getarnt als Medic unter deinem Namen jetzt hab ich den schon wieder gekillt ey der wird so frustriert sein ich hab ich gekillt sorry Üzel falls du es siehst ich hab's nicht auf dich abgesehen was Üzel ja da ist so ein Gegner mit einem blauen Team als Üzel und den kill ich da also Üzel also Üzel falls du es siehst ne ich hab nichts gegen dich du läufst mir nur ständig im Weg wie jetzt schon wieder ja ey hast du ja im Prinzip schon was gegen ihn ich bin nicht mit der beste ich glaub der Flämt mich gleich zu weil ich den so weil ich dauernd kill er denkt es wahrscheinlich ich gehe voll auf den los ja hey du flämst sich voll arm aber nein hab meine Mutter geladen aber nein der stellt sich mir nur ständig in den Weg was soll ich tun ich kann mich ja nicht einfach von dem wir schießen lassen das geht ja nicht doch auch meine Mutter für Russland Matarasche Matarasche ist pick oh das war ein Headshot Mutter Russland hat einen fettigen Bauch Mutter Russland wenn du das zu verstehen du müsst ihr ein Kevin sein also ich das ist die ganze Zeit das ist Medik wir haben kein Medik in unserem Team das ist sinnlos hallo Üzel ist los ne Achso verdammt kein Unruhe mehr so jetzt habe ich den Moni oh da kommt ein Heavy Medik Pärchen jetzt nicht mehr ich habe sie angebildet ist müssen gerade dominiert er dominiert auch als was getrunken hat zum bock und was war das ab ist mit dafür gerecht so ist schnell ist die ganze vorliegen ich traurig und Schnell kann es gehen. Irgendwie geht unser Team voll ab. Ich glaube, die Teams sind ein bisschen unfair. Da war jetzt so mad, ich bin so im Kürbis gestanden. Ich habe da auf den Kürbis geballte, das 10.000 weg in die Luft geschossen. Das sah so geil aus. Kann ich mir vorstellen. Hallo, Papa Neuer. Hallo, gegnerischer Scout. Hallo, Gegner da hinten. Hallo, Engineer. Hallo Spy. Ich bin kein Spy, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ah, das ist Spy als Goat getarnt. Und du schreibst noch Medic, obwohl wir kein Medic haben. Aben, Atina. Schick deine Hunde jemand anderen auf den Hals, Atila. Atina. Atina, der Hunde. Die Waffe, die ich für den Elvie bekommen habe, die hat eine ganz schöne Geschwindigkeit. Was, ich zeig's dir mal. Echt denn? Ach, die? Ach, die ist, ja, die ist super. Die macht aber irgendwie kaum Schaden. Versteckt euch, ich feinklinge. Ja, die hat 60% geringeren Schaden. Ja, dafür ist sie schnell. Ich glaube... Kann man sich streiten, ob sie gut ist. Ja. Du sagst es. So, Alter. Mit unserer Sowjetunion-Taktik kommen wir schon gut voran. Die findet meine Hardcore-Quickscoping-Sniper-Taktik auch. Ah! Komm, Endicurbis, Endicurbis. Ah, Mist! Wo kommt der Spy her? Ja. Ich hab gewartet, bis der Soldier in den Körpers rein rennt. Ja, das kann man auch mal. Machen wir ein bisschen Team-Check. Ich glaube, da sind einfach Spice unterwegs. Oh, die haben locker drei Spice. Da rennt schon wieder einer rum. Ja, der Paranoid, der weiß, was abgeht. Deswegen spielt der jetzt als Pai und macht einen Spy-Check. Hey, Spy, check mal! Man. BigHeads! BigHeads! Balance, ich wurde gerecht! Auch von einem Spy! Mist! Okay, jetzt dann nehme ich auch Pai. Wir haben jetzt lang genug als Hellwie gespielt. Jetzt machen wir wieder eine andere Klasse. Scheiße, der Zug ist brennt. Auf Facebook, oder was? Beides, SMS und Facebook. Ich hab mich jetzt grad auf den Boden schmeißen. Kein so viel Nachrichten hatte ich grad einfach. Bleck mir im Arsch. Ihr müsst wissen, der... Der Balzer, der Bunte, der wird nämlich bald 18. Nämlich? Ja, okay, Balzer. Cooles Hobby, whatever. Ja. Mein, ich bin total schlecht. Ich bin vergiftet, seht ihr? Was seh' ich denn da? Was seh' ich denn da? Wer baut denn da so'n Teleporter? Der ist sicher ganz einsam. Der muss sterben. Genauso wie dieser... Sniper! Ich krieg dich nicht. Der Sniper! Leon King! Okay, jetzt ist da wirklich ein King. Verdammt, bei mir läckst ein bisschen. Okay, jetzt nicht mehr. Also Leute, das wird die letzte Runde sein, weil ich glaube, so viel Speyerplatz gibt mein PC nicht mehr her. Kann schon sein, ja. Ich spiele schon... wie lange? Oh, ich spiele schon gut. Na, also das ist die letzte Runde. Mann, ich gehe... Verdammter Spy, er hat sich mit ner Tarn... Totscheintotuhr, whatever. Totscheintotuhr? Ja, Totscheintotuhr. Wieso ist das? Der Totscheint nur, wenn man tot ist. Uhr. Totscheintotuhr scheint. Alter, ich kann mit dem Leck nicht spielen, das ist schlimm. Ja, gut, das wäre schlimm. Das war mir auch alles super. Blackbox! Mann, das ist gerade richtig, richtig nervig, dieser Leck. Was ist mein Leck? Okay, jetzt geht's wieder. Bei mir hat grad mein Fraps ein bisschen geleckt, deswegen... Ach, jetzt fängt's schon wieder damit an. Oh Gott! Habt ihr das gesehen? LOL Habt ihr das gesehen? LOL LOL ALARUN! ALARUN! ANGRIPT AUF DEN KONTROLLPONKT! NOOOOOIN! Ich wurde geheadshotet. Tja. Moment, ich muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen, vielleicht geht's ja dann wieder. Hab ich schon. Ja, jetzt geht's wieder, okay. Ich mach übrigens immer wie automatisch einen Screenshot, wenn ich wieder aufnehme, das ist irgendwie so ein... Ja, ich glaub... Kann schon mal so ein Archiv machen, so... Ich glaub, wenn wir mal bei Part 100 sind, dann wird es so eine Art, äh, Insider. Ich hab mir vorgenommen, dieses Let's Play wird 100 Parts lang werden. Und wenn ich Lust habe, mach ich's vielleicht länger. Mal schauen. Wie Minecraft. Ich glaub, wenn halt... Wenn's den Leuten gefällt, ist auch nix falsch dran, es einfach einen Längel zu machen. Sag ich jetzt mal. Ich hab da grad was unsichtbar jetzt gesehen, das war bestimmt ein Spy. Ich krieg dich verdammt das bei. Ich werde dich kriegen. Und ausschlachten. Und deine Mutter als Geburtstagsgeschenk schenken. Nachdem ich dir entweit habe. Entweit habe? Ne, bis schon. Was? Ich weiß nicht. Nachdem ich ihre Jungfräulichkeit genommen habe. Aber das geht ja gar nicht. Man kann ja nicht Jungfrau sein und weiß nicht Mutter. Ja, man kann die Jungfräulichkeit an der Mutter nicht nehmen. Das ist ein Paradoxon. Warum kann ich die in seine Kugel nicht zurückblown? Blown. Ja, vielleicht geht's mit der Waffe nicht. Blown. The Rainblower. Blown. Wenn du was bist? 謊 stuffy. Ich will nochmal schauen ob das geht oder ob nicht geht, oder was. Erstmal kommen wir die zum Scouts. maybe. alles ist ich hab doch meine Raketen schlief an, ich bin jetzt verreckt ich hab keine Ahnung, ich fragte was das rechteres oh, jetzt hab ich ihm seinen Kegel geklaut, tut mir leid Harry98, der darf nicht einmal das Spiel spielen, der ist nicht einmal 18 sowas aber ich bin auch kein 18, was? was, du bist auch kein 18? ja, noch nicht bei mir leckt es wieder ein bisschen also, sorry Leute, die letzten Minuten müsst ihr wahrscheinlich jetzt mit einem Leck auskommen, oder ich auch die letzten zwei Minuten mit Leck, ne, das das schaut man schon, ne, ihr könnt vorsprung, falls euch der Leck nervt ooooh, ich bin das mitgefallen ach, ich auch sogar mehrmals oh, bam, mit dem Kopf im Boden stecken, ja, geil angriff auf den Kontrollpunkt ähm, nicht husten, hallo ja, sorry Alter, ich bin erkältet ja, dann setz dein Mikrofon aufs Sturm ich bin zu v ja, ich seh ich bin ehrlich boah, was für einen Ping habe ich ja, der Ping ist gut, aber ich leck halt ein bisschen eine Hardware halt vermutlich boah, 5 FPS gerade haben wir auch nicht mal mehr so häufig gehabt in den letzten paar Let's Play Parts ich würde sagen, den Part bin ich jetzt da sofort weil ich glaube, mit dem Lecks wollt ihr das glaube ich nicht mehr sehen, was ist der Abzieh ähm, außerdem ich glaube, ja, ich bin jetzt im Part und ich habe einen neuen besten Freund, hallo Skiller und ich habe auch einen neuen besten Freund das komische Loch den Spiele reingflogen naja gut, dann sage ich jetzt mal Tschüss für diesen Part und für dieses Spiel wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder was es sein wird, kann ich euch noch nicht sagen genau je nachdem, was für Lust was wir Lust haben auf was wir Lust haben auf was wir Lust haben, genau ähm, ja, in dem Sinne bis zum nächsten Spiel also, ciao ciao ah, schon wieder ein scheiß Scream Show gemacht nein, ich nehme es nicht persönlich ja, voll lustig was gibt es da zu lachen, Mensch ja, natürlich genau Sentry hält meine Sentry-Garten-Fach was, was wolltest du sagen und Elektro-Degel oh was Kontrollpunkt verloren genau was war das denn ich bin einfach so in das Team geswitcht worden verflute Scheiße doch mal ey beee high increime beee BEEE! Do-do-do goalie! I'm bättre! I'm better at this assistance! WHAA!! I'm a spy?! Dw-do-do goalie! That's fine?! WHA? �를uldfunk! BISU HALLOW! Please put this in the comment. Please put this in the comment. ARD Text im Auftrag von Funk